Könnt jemand den Handdruck noch machen, Herr Drücker? Scheiße! Also, bitte verlassen Sie das Gebäude, bitte gehen Sie raus! Geben Sie um Ihr Verständnis! Sehen wir bitte ab und herren! Aufgrund einer technischen Störung geben wir Sie das bedeutende Züge zu verlassen! Nutzen Sie bitte dazu Ihre exgelegenen Notausgänge! Luftregeln sind Ihr Kenntweinig! Nutzen Sie keine Aufzüge! Bitte beachten Sie die Weisungen des Personals! Geben Sie um Ihr Verständnis! Geben Sie um Ihr Verständnis! Sehen wir bitte ab und herren! Aufgrund einer technischen Störung bitten wir Sie das Gebäude zu verlassen! Benutzen Sie bitte dazu Ihre exgelegenen Notausgänge! Luftregeln sind Ihr Kenntweinig! Benutzen Sie keine Aufzüge! Bitte beachten Sie die Weisungen des Personals! Geben Sie um Ihr Verständnis! Sehen wir bitte ab und herren! Aufgrund einer technischen Störung bitten wir Sie das Gebäude zu verlassen! Benutzen Sie bitte dazu die exgelegenen Notausgänge! Luftregeln sind Ihr Kenntweinig! Benutzen Sie keine Aufzüge! Bitte beachten Sie die Weisungen des Personals! Geben Sie um Ihr Verständnis! Geben Sie um Ihr Verständnis! Geben Sie um Ihr Verständnis! Sehr geehrte Damen und Herren! Aufgrund einer technischen Störung bitten wir Sie das Gebäude zu verlassen! Benutzen Sie bitte dazu Ihre exgelegenen Notausgänge! Die Durchwege sind gekennzeichnet! Benutzen Sie keine Aufzüge! Bitte beachten Sie die Weisungen des Personals! Ich freue mich auf Sie! Ich freue mich auf Sie!